Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir wieder Fortnite Arena. Die 4000 Punkte müssen heute auf jeden Fall drin sein und vielleicht noch ein paar mehr. Irgendwie ist jetzt hier der Lobby-Bildschirm geändert worden. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber lassen wir uns nicht aufhalten und gehen in die erste Runde. Runde 1, wir gehen natürlich zum Leuchtturm hin. Er wartet schon auf uns und der Busfahrerpreis tut natürlich immer weh, aber ist nun mal so. Und ja, wir hoffen mal, dass wir in der ersten Runde jetzt auf die 4000 Punkte kommen. Das wäre natürlich krass. Und dann in der zweiten Runde noch weiter ausbauen können. Ja, ich wünsche mir Glück. Ich werde vielleicht auch gleich einen Gegner haben hier. Irgendwer fliegt hier neben mir, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Sleepy landet. Da müssen wir natürlich aufpassen, ob der mich dann umbringen will oder nicht. Wir werden es sehen. Vor allem, wenn wir dann in einen Fight gelangen. Bis dahin, gute Fahrt. Und viel Spaß. Oh mein Gott, irgendwer schießt hier auf mich. Was will der denn? Ganz hinten schießt noch einer, irgendwie. Das nervt ja, dass wir gleich zwei Leute sind. Hä, er rennt durch meine Freude. Hey Mann, nur weil er dann zweiter kam. Wir gehen zurück zur Lobby in die nächste Runde. Wir sind in Runde 2 angekommen. Und wie wir jetzt sehen, haben wir letzte Runde Verlust gemacht. Ich habe vorher nicht darauf geachtet. Aber ich glaube, erst auf 25 ist man dann mit. Im Busfahrerpreis hat man mehr als der Busfahrerpreis sogar, glaube ich. Eben 30. geworden. Das ist natürlich nervig gewesen. Was ihr nicht gesehen habt, ist sogar, dass einer bei mir hier gelandet ist. Der LKW war weg. Deswegen musste ich mir jetzt mal anderes Schild zuführen. Das war auch schon nicht so schön, aber ist nun mal so gewesen. Hoffen wir jetzt, dass wir mal länger leben können. Und ja, ich hoffe, dass ihr erst relativ zum Ende der Runde hier wieder den weiteren Verlauf mitverfolgen könnt. Dass in der Zeit erstmal nichts passiert. Bis dann. Ach du Scheiße, wer ist denn dick da? Komm, Maya hier. Komm, Maya hier. Komm, Maya hier. Komm, Maya hier. Oh mein Gott Was ein Laser Oh der ist down Ich habe meine Waffe nicht nachgeladen Oh mein Gott Easy GG Wir sind in den Top 4 angekommen Und Ich muss rotieren Und dort in dem Busch Wartet einer Der hat mich eben schon einmal abgeschossen Der Fenner Ich schneide hier außen rum Um noch in die Zone zu kommen Um mir eventuell Eine gute Position schon mal zu verschaffen Der da unten kann auch mal ein paar Schüsse fressen Bin ich natürlich umzingelt Unter der Brücke ist einer Die werden da jetzt fighten Nichts Ich kanne Ich kanne eine super position ach du grün neuner gut damage kassiert ach du grün neuner was soll denn das ach du scheiße ist schon einer hinter mir ach ne david hinter mir schade vierter platz wurden wir 3999 punkte und der leuchtturm wartet schon auf uns er ist auch schon wieder anfang der strecke das ist ja der wahnsinn wieder 40 punkte abgezogen das ist natürlich immer wieder hart aber ich sage es diese runde sag ich diese runde holen wir die 4000 punkte ich sag sie dafür müssen wir nur ob man sich soll 25 zu werden ohne kill also total machbar ja der leuchtturm sieht so aus wer der alleine für mich reserviert heute das ist schon mal ganz gut und deswegen stürmen wir jetzt erstmal die türe super haben wir schon mal ne waffe und ihr seht wenn ich den nächsten fight aber wer ist das denn auch ne dann hau ich ab ach du grün neuner das war also klar oh mein gott jetzt schießen alle auf mich oh mein gott er wusste wieder genau wo ich bin kommi und wir gehen zurück zur lobby jo leute wir sind in der nächsten runde und in vier müsste es gleich sein wir haben glatt 4000 punkte und fliegen wir auf den leuchtturm zu letzte runde wie fünfter geworden weil dann wieder jemand gesehen hat leider schade schokolade aber so ist es nun mal jetzt wird es hoffentlich noch mal ein stück besser laufen fünfter ist ja schon unglaublich gut da haben wir ordentlich viele punkte gemacht noch die 4000 in liga reicht aber es ist nun mal auch so dass es auch besser gegangen wäre sag ich mal ja mal hier die waffe und ihr seht wie das endgame oder wenn zwischendurch mich mal angreift wenn man hier und wenn man hier nicht mehr dann läuft er nicht so schlecht in einen busch rein weiß er sich hier bin stimmt ne oh oh man wie ein nerf man wie ein nerf ja 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 Ich bin der Mann! ja toll übelste schwitzer mann siebter platz für ganz ruhig zu lobby nur leute das war es auch schon mit der folge wir haben nicht so viel geschafft hier und gespielt und einer von früh gestorben ja ist ärgerlich aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wir sind natürlich die vision 7 noch mal ein kleines stück näher gekommen klein aber fein nächstes mal wenn wir weitermachen haut rein